So meine Lieben, da bin ich wieder und es geht weiter im Text. Wir holen jetzt die fette Wumme von der Ulln. Oh oh! Oh oh! Schwarzbärensässer! Der hat ja schon welche gefressen hier. Hier liegt schon einer. Die Knarre ist auch nicht schlecht. Er hat 900 Kopfschussschaden gemacht an dem. Gibt es was zu essen? Oder auch nicht? Was zu essen? Achso, klar. Da oben ist schon mal so ein Schweinegib. Ich weiß nicht, warum er eine Bimsgranate gemacht hat. Bimsgranate? Naja, da hat er nicht viel. Was ist denn hier um die Ecke? Weck das mein Auto, du Arsch! Wieso gehen wir nicht erstmal da hoch? Wo? Auf den Berg, den Außenposten holen. Ja, dann machen wir das doch. Dann lass ich das Auto da stehen. Hier machst du Fuß. Und da oben die dampfende Kugel. Flammenwerf. Ich seh den Wald in Flammen. Ne, den pack ich nicht an. Du hast keine Anzahl. So, fahr mal ohne Reifen durch. Mach das sogar. Ich hab was für die Bambis erwischt. In der Welt. Du, 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 du. Den da oben habe ich mir, glaube ich, auch ganz easy Stealth geholt. Scheiß auf Stealthen. Ich glaube, da ist noch ein Hubschrappschrappplatz dran. So, machen wir's denn? So, machen wir's denn? Schiss mit Position, ja. Wenn ich wenigstens vorher da den scheiß Alarmturm kaputt machen kann. Müsste es auch gehen. Alarmturm. Der da so grün leuchtet. Ich versuch da rein zu graben krauchen. Okay, der ist kaputt. Jetzt können sie Krach machen. Schätz ich mal. Die haben drei leise ausgemacht. Okay. Das wäre die Hubschrappline. Hier ist das schön. Der hat ein Hubschrappler gemacht. Wo ist es zu gewinnen? Böchtung. Wir werden sie mit vierten. Wunder. Wie kommen die Hubschrapplöch. Wie kommen die Hubschrapplöch? Oh, gibts auch wenn der Turm kaputt ist, aber in der zweiten Stufe sind glaube ich zwei Türme da Das war ganz schön knapp bei uns in Prosperität Tja, ich würde sagen, ich mach mal zweite Stufe ein Ich kann immer noch keine AK bauen, geht nur auf den Sack Ja So, so in der Stufe Ja, die sind jetzt herrwurm, die blunder Typen Was, Ethanol plus 50, wofür? Sie haben die Radarstation zurückgeholt. Sie ist wieder voller Ethanol, aber pass auf den Alarm auf, der ruft einen Vollstrecker Ich sehe einen Turm und der andere müsste da um die Ecke sein. Ich habe schon wieder was gehört. Was? Musik auf, pop pop! Ich gehe weiter runter! Verstehe! Okay, Alter, Alarm am Arsch. Ja, Alter, Alarm, komm! Achtung! Wann sie kommen? Spende das Problem und lauf des Stamm. Wer ist das? Niemand will uns entkommen! Das können nicht weit sein, wir sind aus. Mhm, Ditto. Hab sie gefunden. Ja, aber diesmal wird es wohl nicht ohne Alarm gehen, aber es ist egal. Ich hab hier jetzt Panzerbrescher Mooney. Gleich mal laden. So. Drück U, lad Panzerbrecher, falls du welcher hast. Aber ich drück nicht. Ich musste herstellen, als Draht selber. Dann hab ich keine. Dann hab ich keine. Ding ist nachgefüllt. Gibt's schon vorher auch noch Etanol. Jetzt muss ich mir aber erst ein Jute Befizien suchen. Irgendwo da oben auf dem Turm oder so. Boah, jetzt schon? Boah, jetzt schon? Ich stecke Verstärkung! Hallo. Oh, oh, oh. aua ist der schwanz mit dem schuss raketenwerfer da waren wir gerade ein kleines bisschen zu optimistisch oh mann ich muss hier runter hm ach so am ja und 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 Ich hab den gewonnen hüttet mit der Panzerbrecher-Mummy auf dem Schädel, den gelben. Genau da unten! Wir umfängeln das Gebiet! Das ist ein Schiff! Scheiße, ich hab keine Medikits mehr! Flakiert sie! 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 Das ist ein Schiff! Schnaupte! Überwindest du blöd, Mann! Flakiert sie! Genau da unten! ich glaube hier brennt was ja ich ich glaube hier brennt alles hm der letzte Hoshi Okay. Oh, das ist ein Gelber! Wo geht denn du? In dem Haus, oder wo? Nee, draußen! Checker boom! Schattenwolf, was ist das denn? Schattenwolf, was ist das denn? Der hat einen Raketenwerfer und einen Flammenwerfer, der holt. Ja, und die Gelber sind schön bis unter die Zähne. Waffnet. Danke, dass du mit uns unser Zuhause beschätzt hast. So, meine Freunde. Ich weiß, ich bin nicht so gesprächig bei diesem Spiel, aber... Es ist ganz schön. Ganz schön für mich. Anders als Holz und Steine, glaube ich. Und ich werde jetzt erstmal wieder einen Break machen. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Dahin, dass es euch gut geht. Uh, würde ich sagen.